Die Stadt hat viel zu bieten für jede Familie, in ganz vielfacher Hinsicht. Die Ostwestfalen, mit diesen Vorurteilen, nicht mal aufräumen gehen, nicht zum Lachen in den Keller, das stimmt nicht. Wir können gute Feten feiern, gute Partys machen in dieser Stadt. Es ist viel los, es ist eine moderne Stadt, eine vielfältige Stadt, in der Sie viel erleben und kennenlernen können. Ich möchte Sie herzlich einladen. Seien Sie neugierig auf die Stadt, seien Sie neugierig auf Bielefeld, lernen Sie hier Bielefeld kennen und Sie werden begeistert sein. Warum sind Sie von der Uni Potsdam nach Bielefeld gewechselt? Erstmals, weil Brandenburg für mich als Lehramtsstudentin nicht so attraktiv war wie das Land NRW. Und weil ich mein privates Beruf in der Gegend gefunden habe. Ah, okay. Warum ist Brandenburg nicht so attraktiv? Das Schulsystem dort ist ja in der Grundschule von der 1. bis zur 6. Klasse. Und ich persönlich als Fremdsprachenlehrerin denke, dass es doch sinnvoller ist, schon in der 4. Klasse zu einer sehr höheren Schule anzufangen, damit man auch in den Sprachen dementsprechend irgendwie weiterkommt und gefördert wird. Ob jetzt am Gymnasium oder an der Realschule, das glaube ich ist wichtig. Also ich studiere in Bielefeld, also mein bester Freund studiert schon hier und ich habe halt schon ein Jahr studiert. Wollte aber vorher immer zur Bank, habe aber dann Pharmazie studiert und gemerkt, dass das echt nicht so das ist, was ich machen wollte. Und jetzt die Wirtschaftswissenschaft bietet sich ja an, wenn ich danach zur Bank bin. Dann kann sich hier in Bielefeld ja gut nach vor dem Bachelor spezialisieren. Das würde ich dann halt so legen, dass ich danach zur Bank komme. Und woher kommen will? Weil es wurde, das ist eine kleine Stadt zwischen Hamburg und Hannover. Okay. Ich komme aus Frankfurt, also aus Wiesbaden, aber sehr rauf Frankfurt und wollte einfach weg. Also ich hatte auch ein Angebot aus Mainz, aber das ist mir zu nah zu Hause dran. Und dann habe Bielefeld mich angenommen und ich habe mir die Stadt angeguckt und dachte, ja, schön hier, gefällt mir. Und so bin ich hingegangen. Was studieren Sie hier? Ja, auch mit der Zwischenzeit.